Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir schauen in das Wochenende rein. Was erwartet uns? Auf was dürfen wir uns vorbereiten? Was darf ich hier weitergeben? Eine Botschaft fürs Wochenende. Die News zum Wochenende. Ich hoffe, du hattest eine gute Woche. Schau gerne mal vorbei, die Wochenbotschaft hier. Und diese Legung ist natürlich ergänzend auch vielleicht noch für dich hilfreich, die Mittwochslegung, also die kommenden 48 Stunden, auch sehr, sehr spannend gewesen. Ja, wie gesagt, der Wochenboost hat es in sich gehabt. Teilt gerne mal, wie du so die Woche wahrnimmst, was bei dir so passiert ist, was resoniert ist. Auch hier die Wochenbotschaft immer gegen Ende der Woche nochmal schauen, reflektieren. Hilft nicht nur, ja, zu erkennen, was hier eigentlich wirklich aus einer anderen Perspektive anzunehmen ist. Es hilft dir selber zum Reflektieren. Also nutze das auch, wie bei der Mittwochslegung, aus verschiedenen Blickwinkeln, das alles mal zu sehen. Ja, du weißt dennoch, Kollektivlegungen können, müssen, dürfen, weiß ich nicht, mit dir resonieren oder nicht. Bitte auf dich umlegen, ganz wichtig. Und für persönliche Hilfe und Unterstützung, schau unten vorbei. Dort gibt es verschiedene Möglichkeiten zu Coaching, spirituelle Begleitung, spirituelles Teaching, wenn du dich mit deinen Gaben beschäftigen möchtest, ein bisschen mehr in die Energiewelt eintauchen möchtest. Und natürlich auch private Kartenlegungen, Heilsitzungen und vieles mehr. Ja, auch hier hast du die Möglichkeit, ja, noch bis zum 7. Mai, sofern verfügbar, in Anspruch zu nehmen. Dann gibt es erstmal eine kleine Pause bei mir. Da wird der Shop dementsprechend auch aktualisiert. Das heißt, Termine und alles, was du so kennst. Vielleicht werde ich sogar ein bisschen was umstrukturieren. Ein bisschen was wegnehmen, ein bisschen was Neues dazufügen. Deswegen wird es dann ab dem 5. Juni wieder geben. Also, falls du Interesse hast, das Bedürfnis hast an einer Sitzung bei mir, mit mir, dann, ja, weißt du hier Bescheid, dass es eine etwas größere Pause geben wird. So, ja, und du kannst dich noch, wenn du Lust hast, einen Tag mit mir live zu verbringen in Köln, dann kannst du dich noch anmelden für den Workshop zum Thema Intuition, Selbsterkenntnis, wo wir uns mehr mit uns verbinden, wo wir erkennen, okay, was ist hier Kopf, was kommt von meiner Seele und vor allen Dingen lernen, das alles richtig zu deuten, die ganzen Zeichen um uns herum und vor allen Dingen die große Frage, was hat das alles mit mir zu tun? Also, falls du Lust hast, schau vorbei. Die Anmeldung ist auch noch bis zum 9. Mai geöffnet. Ich freue mich auf jeden, der mit dabei ist. Das Wochenende, super spannend. Ich habe mich mit der Wochenendenergie mit euch verbunden. Und ich weiß nicht, ob es in der letzten, vorletzten Linie war, es ist hier schon wieder die Farbe Grün aufgetaucht, aber diesmal so ein bisschen im, ich sag mal so vorsichtigen Sinne. Also könnte es auf das Thema Neid entweder hinspielen oder aber eine Enttäuschung. Und das Bild, was ich sah, ist, man geht durch eine Tür, man rennt auf etwas zu und auf einmal ist da nichts. Das bedeutet, dass es sein kann, dass du dich auf etwas gefreut hast und dann wurde es abgesagt. Oder aber, ja, auf einmal als wäre das Ziel oder das, warum du dich gefreut hast, wäre irgendwie nicht mehr da. Das meine ich jetzt nicht im Großen und Ganzen. Es würde jetzt etwas Großes wegfallen. Es scheint etwas Kurzfristiges zu sein. Vielleicht eine Planung am Wochenende, die sich umgestalten möchte, die abgesagt wird, verschoben wird. Vielleicht bist du auch der oder diejenige, die etwas absagt. Also ich bekomme hier entweder, ja, eine Enttäuschung oder ein, ich höre dieses, ach schade, dass vielleicht etwas nicht stattfindet. Ach schade, okay. Oder aber, möglich auch zum Thema Neid, Eifersucht, dass du entweder selbst in dieser Energie bist. Für die meisten bekomme ich aber, ja, dass du merkst, dass eine oder mehrere Personen in deinem Umfeld irgendwie so ein bisschen eifersüchtig wirken und dementsprechend auch handeln. Das heißt, als würde man so ein bisschen die Freude wegnehmen. Vielleicht auch deswegen Termine absagt, verschiebt, wie auch immer. Also für jeden natürlich unterschiedlich. Leg es auf dich um. Das sind nur Tendenzen. Die Bilder bekomme ich immer in der Kurzmeditation, wenn ich mich einstimme. Wir schauen, ach, ganz kurz noch, weil das euch anscheinend auch sehr gefallen hat, der Mondbegleiter, also das Edelsteinarmband aus weißem Mondstein mit einer Kugel, die ich aussuche für dich individuell, was dein Thema ein bisschen spiegelt. Da sind nicht mehr viele von da, wenn du eins haben möchtest. Die werde ich nämlich jetzt vor der großen Pause auch nicht mehr nachbestellen. Also, ja, dann, ich verlinke es unten auch nochmal. Das fällt mir nämlich gerade an. So, wir schauen. Das Wochenende. Wochenendenergie. Ich verbinde mich intensiver mit dem Singen kollektiv. Und mit dem Wochenende. Freitag, Sonntag, Sonntag. Was ist das Hauptthema? Worum geht es am Wochenende? Oh. Mut. Hm, okay. Für viele könnte es mit einer Art Prüfung zu tun haben. Ich höre das Wort Mutprobe. Und diese Mutprobe hat mit dir selbst und mit dem Überwinden von etwas zu tun. Es ist nicht so klassisch wie bei einer Mutprobe. Da ist eine Gruppe, die sagen, du musst das und das machen und dann bist du bewertet. Hier geht es eher um die Mutprobe deiner selbst. Das heißt, du stehst vielleicht vor einer Situation oder spontan, aber das ist alles selbst ausgelöst. Das ist jetzt kein Horrorszenario, verstehe mich nicht falsch. Es ist so, du hast die Gelegenheit, etwas zu tun und vielleicht wird deswegen auch ein Termin verschoben, damit sich diese andere Gelegenheit zeigt. Und du weißt, dass dich das Mut kostet, das zu tun. Und es liegt in deiner Entscheidung, ob du diese Probe antrittst oder nicht. Es scheint mir nichts Großes zu sein. Es ist fast schon was Banales. Es könnte im Alltag sein, es könnte etwas für dich im ersten Moment nicht wirklich Besonderes sein. Doch wenn du dann mit dem Gedanken spielst, was du für Möglichkeiten hast, erkennst, erkennst du diese Mutprobe und du erkennst auch, was diese möglicherweise bringen wird. Und deswegen vielleicht auch nochmal die Farbe Grün schwingt sich ja auch oft oder zeigt sich oft gerade in den Readings, wenn sich etwas Neues zeigt. Also vielleicht könnte diese Probe etwas Neues auslösen. Jetzt bin ich sehr gespannt, was die Tage zeigen. Wie gesagt, so eine Mutprobe, die von dir selbst ausgeht, kann ja für jeden unterschiedlich sein. Es kann sein, dass du jemandem deine Meinung, also deine Gefühle offenbarst. Das ist für viele auch schon eine Mutprobe. Es ist möglich, dass du dich traust, etwas zu machen, was du vorher noch nicht gemacht hast. Einfach um die Erfahrung zu sammeln. Und das kostet dich ein Stück Überwindung. Und manche von euch werden etwas komplett Neues ausprobieren in Form von einer Ausbildung, Weiterbildung, irgendwie so aus dem Reflex. Man sieht das, man ist mega neugierig, man macht das einfach, man meldet sich vielleicht an und dann kommt erst so, oh mein Gott, was habe ich gemacht? Könnte auch sein. Also aber im positiven Sinne von, oh Gott, ich hoffe, ich bin gut da drin. Irgendwie so. Okay. Ja, das liegt jetzt schon eine Karte runter, obwohl ich nicht gemischt habe. Und das gibt es nicht. Das ist die Acht der Münzen, die oft dafür steht, ja, gut in seinem Handwerk zu sein oder bei Aura eine Aus- und Weiterbildung. Also für viele könnte es tatsächlich darum gehen. Interessant. Okay. Wir schauen in die einzelnen Tage, Freitag, Samstag und Sonntag mit dem Tarot, worum geht's am Wochenende. Was zeigt sich, was kommt aus dem Seelenkollektiv zu? Oh, Freitag, da liegt die Enttäuschung, okay. Wir haben neun der Münzen, vier der Kirche. Sorry. Samstag, acht der Stäbe, drei der Münzen. Und am Sonntag ist Kuschel-Day, zehn der Kirche und der Wagen. Das ist auch sehr, das finde ich sehr spannend. Das sind eine große Arcana, alles eigentlich sehr gute Karten, hier die, ja, aber von der Energie ist es so, als hätte man sich mehr erhofft vom Wochenende. So ein bisschen das, was ich zu Beginn gesagt habe. Irgendwie hatte man in den Vorstellungen eine andere Energie von dem Wochenende. Man hat sich gefreut, man hat etwas erwartet. Und hier ist so, hm, okay, als wäre es ein Kompromiss oder als wäre auf einmal das Highlight weg. So hört sich das hier für mich an. Mir wird durchgegeben, mach mal langsam oder du kannst noch nicht sehen, wozu das dient. Ja, wir starten Freitag. Viel der Kirche im Unterbewussten ist so ein bisschen, du merkst schon, okay, irgendwie wird das Wochenende anders. Irgendwie passiert nicht das, wie es sich vorgestellt hat. Wie auch immer. Ja, könnte so ein bisschen Lustlosigkeit, Langeweile oder aber auch Enttäuschung. Muss nicht im großen Maße sein. Aber wir haben im Bewussten die neun der Münzen. Das heißt, auf der anderen Seite gibt es hier einen Teil, der sich freut. Das könnte hier auch für Geldströme stehen, für Materielles, für eine Beförderung. Also für etwas, wie ein Gewinnen. Ich höre das Wort Gewinnen. Das könnte sowohl in Form von Menschenwertschätzung oder aber auch wirklich Münzen sein. Also das ist so ein bisschen der Ausgleich. Im Unterbewussten denkst du, ja, schade vielleicht mit dem Wochenende. Doch Gesetzmäßigkeit der andere Polis. Es kommt aber trotzdem etwas rein. Wir schauen, worum geht es bei den neuen Münzen. Ja, eine Reise einer Veränderung und der Weg. Ja, das ist das, was ich gesagt habe zu Beginn. Es ist so, man geht einen Weg und auf einmal ist da nichts. Also nicht das, was man erwartet hat, was da zu sein. Das ist die Veränderung des Weges. Also der Weg und diesmal wohl am Wochenende könnte auch symbolisch dafür stehen, dass sich in deinem Leben der Weg gerade ein bisschen verändert. Ja, ein Weg der Veränderung. Und im ersten Moment ist es so, und ich passe ja gerade auf eine Katze auf. Ein sehr süßer Kater, muss ich sagen. Und das ist so, mir wird diese Szene gezeigt. Es ist so, als würde die Katze etwas anvisieren, vielleicht ein Spielzeug. Und ich habe immer so eine Schnur. Und dann ziehe ich die weg und dann springt die Katze hin. Und wenn sie es nicht fängt, dann hat sie nichts in den Pfoten geguckt und ist so ein bisschen verdutzt. Dieses Bild bekomme ich für die Energie des Wochenendes, beziehungsweise auch vor allen Dingen am Freitag, das heißt, bevor das Wochenende losgeht, weil man schon merkt, hey, irgendwie war da voll was geplant. Und jetzt auf einmal, nichts da, nichts zwischen den Pfoten. Ja, also du verstehst, bitte auf dich umlegen oder vielleicht auch die Impulse, die ich auch mit diesen Bildern dir mitgebe, die mir für dich gezeigt werden, für euch gezeigt werden. Natürlich auf dich umlegen. Für dich hat das vielleicht noch eine andere Bedeutung. Du machst auf jeden Fall das Beste draus. Du bist auf jeden Fall dennoch motiviert, denn es kommt hier, ja, Positives ins Haus. Und du denkst dir, ja, okay, vielleicht mache ich mit ihm selber das Wochenende schön. Die Hauptenergie vom Freitag. Ja, Enlightenment. Also, es geht hier um das, ich höre, Aufleuchten. Dein Aufleuchten, dein Leuchten. Was kannst du jetzt tun in dieser Situation, die du vielleicht hast oder vielleicht hast du auch nichts vor dem Wochenende und du denkst, was kann ich machen, mir ist langweilig. Du wirst definitiv auch hier mit dem Schiff wieder an der Reise etwas planen. Vielleicht gehst du auch in die größere Planung für deinen Lebensweg, dass dir hier Zeit geschenkt wird, damit du dich damit beschäftigst, deinen weiteren Weg zu planen. Also, in die Richtung bekomme ich das. Am Samstag haben wir 8 der Stäbe im Unterbewussten und die 3 der Münze im Bewussten. Ja, sehr viele Impulse, sehr viele Inspirationen, vielleicht sogar über Nacht. Ideen, mit denen du aufwachst oder aber die du immer wieder erhältst und zwischendurch dich inspirieren. Es ist aus der Quelle des Unterbewusstseins kommen hier Ideen, Inspirationen in dein Bewusstsein und du möchtest am liebsten alles direkt umsetzen. Es empfiehlt sich hier wirklich, schreibe Sachen auf. Wenn du so Blitzeinfälle hast, schreibe auf, notier es dir und setz es nach und nach um. Es ist möglich, dass du andere Menschen brauchst für die Umsetzung, möglich, dass du an diesem Tag andere Menschen triffst, spontan oder jemanden unterstützt in etwas. Also, vielleicht könnte jemand auf dich zukommen und sagen, hey, hör mal, ich brauche mal deine Hilfe, hast du Zeit? Und du bietest deine Hilfe an, du unterstützt und ja, es ist wie eine Art Kooperation. Auf die 3 der Münzen, 3 Karten auf die 3 der Münzen, ein Geschenk, ja, wow, 4 Karten sogar. Der Brief, ja, doppelte Bestätigung, Nachrichten, Öffentlichkeit und du selbst. Möglich, dass einige von euch eingeladen werden. Das könnte hier mit der Kooperation zu tun haben. Das könnte auch nur um einen Austausch gehen, um eine Verbindung. Also, jemand sehnt sich nach dir, eine plötzliche Einladung, wo du zu, also wie eine kleine Reise, wo du irgendwo hingelockt wirst im positiven Sinne. Also, ein Geschenk, ein freudiges Geschenk. Es könnte sein, dass du, wie gesagt, eingeladen wirst, dass du um Hilfe gebeten wirst und das ganz offiziell. Okay, auf die 8 der Stäbe, da ist die andere Hauptperson, ja, möglich, dass es genau die Person ist, an die du die ganze Zeit denkst. Oder aber es geht hier um Beziehungsthemen. Vielleicht hilfst du auch einer anderen Person in Beziehungsthemen, in Themen der Liebe. Oder aber, ja, es geht um deine Herzensmenschen. Ich bekomme hier beim Fokus nicht unbedingt das Thema Liebe im Vordergrund. Es geht wirklich eher um eine Unterstützung. Möglich natürlich, dass du die Person liebst oder wertschätzt. Aber es geht wirklich um eine Unterstützung. Okay, wir schauen, was ist hier die Hauptenergie des Tages am Samstag. Stillness. Bleibe angebunden an deine Intuition, spüre, fühle, gehe in die Stille, damit du sie hörst, damit du sie wahrnehmen kannst, fühlst. Was ist dann erst dein Puls? Auch hier die Farbe Grün. So ein Grün habe ich gesehen zu Beginn. Wohin zieht es dich, leitet es dich und womit kannst du mit reinem Gewissen, also zu wem, zu was, ja sagen? Die Antwort, wie gesagt, findest du in der Stille. Es geht hier auch so ein bisschen, sich selbst treu zu bleiben. Vielleicht hat hier auch die Kooperation mit dieser Mutprobe zu tun. Entweder zu helfen oder je nachdem, worum es geht. Oder vielleicht auch Nein zu sagen, bitte auf dich umlegen. Wie gesagt, Kollektivlegungen. Ganz viele Möglichkeiten und ganz viele Themen, die sich mir hier gerade zeigen. Sonntag haben wir dann das Wohlfühlprogramm, also 10 der Kelche. Es ist so, als würdest du dich geliebt fühlen. Vielleicht bist du auch stolz. Vielleicht hast du geholfen und du fühlst dich selbst gut danach. Du bist vielleicht eingeladen. Sehr viel Dankbarkeit. Machst dir einen gemütlichen Tag. Es ist so das Gefühl von Geborgenheit und von, ich fühle mich absolut verbunden mit den Menschen in meinem Umfeld. Mit der Umgebung, mit mir selber. Im Unterbewussten wird dich das sehr viel weiterbringen. Der Wagen bringt dich nach vorne. Es scheint so, als hättest du einen kleinen Knoten gelöst. Oder viele von euch werden das am Wochenende tun. In Form von etwas aufbrechen, damit es dir wieder besser geht. Es ist so, als hättest du etwas erkannt. Wir klären die 10 der Kelche. Ja, wow, jetzt haben wir auch noch die Fische da drauf. Ja, es geht um Fülle. Es geht um absolute, gefühlte Fülle. Um ein absolutes. Das ist dieses Gefühl von, ich spüre, dass ich geliebt werde. Und das muss nicht immer in der Liebe sein. Das kann im Umfeld, im Freundeskreis sein. Das kann bei Haustieren sein. Aber du bist im Frieden. Und ich höre wirklich im Frieden mit deinem Leben, mit dir selbst. Und mit das vor allen Dingen, was du vorhast. Und da, mit dem Wagen, schauen wir mal, wohin es geht. Ja, das Herz. Sehr schön. Es geht weiter in deinen ganz besonderen Herzensangelegenheiten. Wenn es für dich die Liebe ist, dann geht es auch in der Liebe weiter. Entweder hat das wirklich mit einem Partner, einer Partnerin, der Partnerschaft zu tun. Oder aber, dass du ganz anders weiterkommst, das Thema Liebe für dich zu entdecken. Für viele hat es auch mit dem Lebensweg zu tun und den aus dem Herzen zu gehen. Glücklich zu sein. Die Verbindung zu seinem Herzen, zu der Intuition zu haben, sich leiten zu lassen. Dann kommst du ja automatisch ins Glück. Wir haben Action und Illumination. Ja, es geht hier wirklich abschließend in dieser Woche um die klare Erkenntnis. Wie gesagt, schau dir die Wochenbotschaft an, der Wake-up-Call. Es geht um in Aktion zu kommen. Wagen und Aktion. Du bewegst etwas. In dieser Woche hast du etwas erkannt. Du hast etwas erfahren und weißt jetzt ganz genau, was war Illusion und wo möchte ich wirklich hin? Auf lange Sicht, wo möchte mein Herz hin? Und da passt der Einstieg ganz gut mit der Reise in die Veränderung. Denn es verändert sich etwas in dir. Du spürst das und hier ist es so, du nutzt diese Energie, um etwas Neues zu kreieren. Und das ist dein Lebensweg. Wow. Ein weiterer Hinweis bitte für das Wochenende. Body and Soul. Wichtig. Auf alle Bereiche zu achten. Nimm deinen Körper mit. Nimm deine Seele mit. Achte darauf. Verbinde alles. Erdung für ganz viele. Ein ausschlaggebendes Zeichen hier. Erde dich. Und es geht um das Thema Selbstsicherheit und Stabilität im Leben. in sich. Deswegen auch. Es geht hier eher im Kleinen am Wochenende scheinbar so banal. Doch geht es hier eigentlich um die Festigung deiner Ausrichtung für deinen Lebensweg. Es geht darum, dass du erkennst, was du möchtest. Das, was dein Herz möchte, wohin es dich zieht und dich dabei sicher und angebunden wirst zu fühlen. Ein Rat des Universums bitte. Für das Kollektiv. Fürs Wochenende. Bist du mit einer Frage hier reingegangen? Dann eine Frage. Fokussier dich auf eine Frage. Ja und Nein Frage. Fokussieren. Nicht lange denken. Das ist die Antwort. Sag Ja. Und hier. Ich kenne ja Menschen. Ich kenne mich. Ich kenne die Strukturen. Ich kenne die Selbstsabotage-Muster. Die Karte Ja, die hier liegt. Und die Frage, die du dir vielleicht gestellt hast. Du spürst im Moment der Stille ganz genau ob das Ja die richtige Antwort für dich ist. Kein Schönreden. Kein im Kopf die Frage ummodeln. Es geht hier wirklich immer mehr klar zu erkennen, desto öfter du dich selbst belügst, dir selbst nicht zuhörst, sondern eher in deiner Illusion lebst. wirst du auf deinem Lebensweg nicht weiterkommen. Das ist eine Botschaft, die mir so klar gezeigt wird gerade, dass ich sie teilen darf, muss, soll. Also sei mutig, etwas anders zu machen. Bekomme ich ebenso. Sei mutig, dich anders kennenzulernen. und dann sag Ja zu dir selbst. Und somit wünsche ich dir von ganzem Herzen ein wunderschönes Wochenende. Sei mutig, sei wild und sei ja sei voller Liebe vor allen Dingen. das ist nicht diese Aggressionsmut, Wutenergie, das ist dieser Mut, der aus dem Herzen jetzt gerade kommt, der sich kurz aufbaut, der überwunden werden muss, um für sich selbst Ja zu sagen. Ich bedanke mich bei dir von ganzem Herzen fürs Zuschauen, fürs Zuhören, dass du da bist, dass du diesen Kanal wachsen lässt. Ich freue mich jedes Mal über jeden Kommentar, über das Like, über die Super Thanks, vielen, vielen lieben Dank über die Wertschätzung via Paypal. Du weißt, ja, ich verbinde mich mit jedem Einzelnen und schicke eine Energie, eine Dankesenergie zurück und ja, vielen Dank. Wenn du magst, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, alles Liebe und mach's gut.